Hallo. Guten Tag. Na nun, was war das denn? Das war der Alarnton für alkoholische Getränke, Zigaretten, Jugendschutz. Ach, wollen Sie mich denn gar nicht fragen, wie alt ich bin? Nein. Warum nicht? Sie könnten sich strafbar machen. Aber bitte, man sieht doch, dass Sie ganz eindeutig keine 17 mehr sind. Sie fragen mich sofort, ob ich schon volljährig bin oder ich lasse die Eier fallen. Es sind Ihre Eier. Ihr Fußboden. Sind Sie schon volljährig? Mein Gott. Ja, wir wissen, ob ich schon volljährig bin. Natürlich. Wollen Sie etwa noch meinen Ausweis sehen? Nein. Doch. Jetzt will er auch noch meinen Ausweis sehen. Bitte schön. Sie sind ja schon volljährig. Ach ja. Machen Sie sich nichts daraus. Sie sind, weiß Gott, nicht der Erste, der mich jünger schätzt. Was macht das bitte? 1780, bitte. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Äh, Moment. Sie haben Ihre Anti-Falten-Creme vergessen. Sie haben Ihre Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020